Willkommen zurück zu RojaRast. So, ähm... Ich hab ein bisschen was gemacht. Ein paar Kisten hingestellt. Also ne, eine Kiste ist glaube ich neu. Hier war nämlich der Schlafsack. Eigentlich nur gewechselt im Platz. Ja, hier schmort noch ein bisschen Metall. Metall, Metall. Die Türen natürlich ausgetauscht. Metalltüren und ein bisschen die Base ausgebaut. Ähm, hier natürlich nur aus Holz. Ich hab ein bisschen angebaut. Hier nach links rum. Und hier, ähm... Ja, eine Tür mehr drin, ne? Auch wenn es nur aus Holz ist. Aber, ne? So... Ist ein bisschen sicherer. Das ist blöd. Ich glaube, das bin ich immer selber, ne? Ja, ja, ja. Ich will eigentlich ein bisschen looten. Ein bisschen... ...Schrott holen. Das ist meine Basis. Wir gucken mal hier oben. Da guckt der Teppich oben raus, ne? Da guckt der Teppich oben raus, du. So, hier geht's dann hinten rum. Und dann... Jaja, aber so ein Basis habe ich auch nicht gebaut, ne? Naja. So. Dieser Schlafsack hier... Naja, wenn einer spawnt. Was ist spawnt? Bestimmt wegen dem Essen oder so? Ich habe jetzt keine Verbände bei Ihnen, ne? Ich hoffe, wir gucken mal. Wir brauchen mal ein bisschen Schrott bis in der Straße laufen. Gibt's bestimmt ein bisschen Action. Och ne. Eher Drop oder was? Ganz ehrlich. Ich möchte auch keinen Airdrop. Ich möchte gerade nur Schrott haben. Mehr nicht. Oh, ich schmeiß nicht ab hier, ne? Dann... Ja, da, 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 da. Gar nicht hoch gucken. Hau ab, Alter. Hau ab. Auf dem Pferd feilen. Nein, lass mal. Kommt er jetzt wieder, oder was? Wie viele Pfeile habe ich überhaupt bei Pferd sind? Der reidet an der Straße lang. Ich wollte eigentlich auch an der Straße lang. Ich könnte auch da lang. Aber das ist eine blöde Ecke. Ich möchte eigentlich ein bisschen Schrott haben. Ah, jetzt fliegt da einer mit so einem Millikopter noch. Ist das dasselbe mit dem Pferd, oder? Keine Ahnung, wie viel Sprit er dabei hat. Ich brauche ein bisschen Schrott. Moment. Moment mal. Das muss doch mal weg. Ach ja. Darf natürlich nicht so weit da rüber, ne? Ist nur die Frage, wohin? Kanal. Militär, da oben. So Richtung Steinbruch könnte man auch mal... Steinbruch, oder? Ach, da oben ist ja auch noch ein Steinbruch. So, hier sind jetzt auch keine Fässer und gar nichts, ne? Kann ich mir noch einen Pfeile machen? Hier haben wir nochmal zwei. Verbände könnte ich mir jetzt... Weil ich habe ein bisschen Stoff gefunden hier, ne? Ach, warte mal. Das ist... Kanal... Kanalisationszweig? Ist aber nicht Klär weg. Ist aber nicht Klär weg. Ja, das war ja klar. Helden bräuchte ich gar nicht reinlaufen, ey. Fantastisch. Entonces, ich kann mich auf Bedrochen bitte weg. Auf geht's... Auf geht's. Ja, ich kann mich mal mit, ich ne? Auf geht's. Verают die Frage. Okay, doll ist der Loot auch nicht, ne? Ah, Tankstelle sind wir gleich. Hier haben wir Sumpfgebiet. Ich würde sagen, wie viel haben wir denn da? Ah, doll ist das ja nicht, ne? Doll ist das ja nicht. Da haben wir die Tankstelle. Bergbau aus dem Posten, dass wir dann zurücklaufen. Quer rüber. Ich muss doch immer noch nach Hause, ne? Ich kann nicht die ganze Zeit... Oh, da hinten rechts ist ein Bär, glaube ich. Hier links haben wir noch eine Basis, oben ist eine Base. Ich steine nämlich auch mit, wenn das schon da ist. Hier rechts ist echt viel Stein. 0-11, okay. Oder O-11. Aber wir merken, wenn ein anderer Rassler kommt und sie dann auch den Stein sieht, dann nimmt er natürlich mit. Da ist die Basis. Ein Bär war das nicht, ein Schwein war das. Der komplette ganze Stein möchte ich auch nicht mitnehmen. Möchte ja Dings holen, ne? Schrott vor allem, Schrott. Na, läuft das Schwein jetzt mir hinterher, oder? Oder Rassinon-Schwein? Was? Zwei Teams in der I-13, okay. Da ist ein Bär. Okay, rechts lang. Da ist ein Bär. Jo, wir haben ja noch ein Warenhaus. Ich muss aber etwas trinken, ne? Ist hier was zu trinken drin? Nein. Habe ich was zu trinken überhaupt dabei? Oh, wir sind so gut wie voll. Hier, ich muss was schreddern hier. Hier ist kein Loot, ne? Keine Kisten, ne? Oh, das ist ja schön. Ist die Straße komplett leer mit Fässer hier? Das ist ja gar nichts. Ich würde schon sagen, ey. Da kommt schon wieder einer angeflattert. Da hinten reitet auch schon wieder einer. So, sind das NPCs oder... Stimmt gleich down. Oder wieder welche unterwegs mit einem schrottigen Hubschrauber. Oh ja, auch ein bisschen Metall. Schrott, ne? Lauf ich jetzt rein oder was? Wo bin ich denn hier? Militärtunnel, okay? Ich muss die Straße nach da folgen. Ne, nach da. Hä? Bin ich doch nicht reingelaufen. Ich muss da oben lang. Links da hinten ist meine Base. Gerade ein bisschen verwirrt. Geht der Scheiß runter? Nicht aufgepasst, ey. Blöde Radioaktivität-Gedönskram. Habe ich die Tabletten bei? Ne. Was geht das auch noch los hier? Blöden Eier lasse ich jetzt mal liegen, ja? Blöde Radioaktivität-Gedönskram. Jo, meine Hose. Das ist ein bisschen Chaos gerade gewesen, ne? Also... Ich habe echt nicht drauf geachtet, wo ich langlaufe. Zwei Ruster-Kontakt gehabt mit Pferden. Die wollten auch nicht so richtig PvP machen. Glück für uns. Ein bisschen überlebt. Ah, Schrott ist ja natürlich jetzt, ne? Ah, ja. So, das kann man jetzt ansteigen. Zumindest drauf eine leere Tonverstoße. Ah, dann kann so Metallfragmenten geschmolzen werden. Damals ging das ja nicht. Das muss man eigentlich nochmal ausprobieren. Oh, ein bisschen Stoff haben wir auch. War ja nicht irgendwo noch eine Plane? Ich muss später sortieren. Ich habe jetzt keinen Bock. So. Okay, was flattert denn da draußen, sagen wir mal überhaupt? Ich will immer nur fliegen, aber... Sind die auf der Kuppel gelandet? Man weiß es nicht. So, ich möchte da mal zum Steinbruch. Ah, wenn du keine Klamotten hast, ne? Ist die Ecke vielleicht doch ein bisschen blöd, ne? Ja, zu nah hier kannst du auch nicht ran. Den kriegst du hier Dingsbums. Wie weit kann ich denn hier ran, bevor das wieder losgeht? Ja, okay. Ich muss einen Anzug haben, ey. Oh, noch ein bisschen Schrott. Oder ein bisschen Stein. Brauche ich ja auch noch. Ach, schon wieder runter auf 86, aber ich habe keinen Stoff dabei. Oh, ein bisschen Defense gewesen auch, ne? Ich wollte auch nicht direkt so... ... 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 habe kein holz bei also den lagerfeuerkräften so kein stoff mehr hier ins wasser gehen sollen als kaltes wasser aber ich naja egal ich habe eingestreichelt mir wollte ich ja gar nicht müssen feuer machen dass man wieder waren werde ich sehe auf der karte durch durch gestorben bin muss ich hier halt gleich noch mal her laufen naja leute es wird eine lange längere folge darum ist holz aber jetzt ein verlagerfeuerkräften ich glaube das bringt nichts ich habe auch kein 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 dings bei ne doch das wird nichts mehr das wird nichts mehr schade ich muss hier gleich noch mal her laufen also ja wir laufen noch mal hier her ist nur blöd weil das nachwert war vorher was essen sollen damit zu wenig leben hier ist der drüben auch was ich habe doch noch essen drin glaube ich so eine längere folge das bisschen essen klamotten habe ich da ja eigentlich frieren dürfte ich nicht wenn ich da ankomme ich habe jetzt aber noch mal was zu essen mit ein bisschen stoff wegen verbände beziehungsweise 1 2 3 1 2 3 so wo muss ich denn lang da oben hier rum kommt schon wieder ner drop ach ja mal gucken ob wir da ankommen aber überziehen hier heute ne halbe stunde eieieiei eventuell mache ich auch zwei teile draus eventuell noch schneide also dann nicht wundern wir müssen laufen dann muss wieder zurück ich meine die haben also haben vom helikopter irgendwie geschossen oder mich auch noch verfolgt hatte ich das gefühl so links runter da so runter Ei jeieiei so haben wir die anderen Verbände nochmal nachziehen hier der hat sich auch sofort also irgendwie war es merkwürdig oder kam direkt derjenige mit der bolt angelaufen ne ich meine das war der bolt hat sich immer so angehört Es ist tatsächlich so kalt, ne? Das ist nicht schön hier in Schnee. Ich werde noch nicht normal in Schnee bauen. Nicht in der Nähe, ey. Das macht keinen Sinn. So, wir müssen hier die Leiche hoch. Hatte ich einen Bogen in der Hand? Ich glaube ja, ne? So, jetzt habe ich Klamotten. Warte mal. So. Okay. Ist da noch was wichtiges? Zack. Soll man sich als Halber ein bisschen Holz mitnehmen? Das reicht, okay. So, Vollmond wäre jetzt nicht schlecht. Ich sehe noch was. Wo geht es nach Hause? Ich darf bloß nicht ins Wasser. Da links kommt eine Erdruppe runter. Ich glaube das ja nicht. Da gehe ich aber jetzt bestimmt nicht hin. Bin nach Hause. Nicht, dass ich leider noch sterbe, Leute. Hierher kommen wegen dem Erdruppe. Und hier habe ich auch gehört. Ein Wolf. Keine Ahnung. Wir laufen lieber hier rechts ein bisschen rum. Junge, 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 Junge. Warten Stress wieder. Ich habe einen Bauplan, falls ein Bär kommen sollte. Aber ist ja nie, ne? Ich bin fast zu Hause. Sorry, ich war ein bisschen dunkel. Aber man sieht ja ein bisschen Watt hier, wo ich so lange laufe. Stopp, finster hier. So, irgendwo da drüben ist meine Butze hier rechts. So, hier müsste irgendwo meine Butze sein hier. Oh, Leute, safe. Leck mir am Po. So, Feierabend. Ich mache erstmal Feierabend, Leute. Danke, wieder fürs Einscheiden. Oh, 35 Minuten, eine lange Folge. Ja, mit Kämpfen und Weglaufen. Und ja, war einiges dabei. Ich habe es überlebt. Sehr schön. Danke fürs Einscheiden. Euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020